Hallo zusammen, ich bin Yannick Meier, Verkaufsberater bei der Stirli Garage. Ich darf euch heute die neue Hyundai Santafi vorstellen und euch zeigen, wieso es sich lohnt, diesen Gneller anzuschauen und eine Probefahrt abzumachen. Der neue Hyundai Santafi ist total neu konzipiert. Der markante Schriftzug hinten ist gross über das Hecke und auch die Haanheckeleuchten sind komplett neu. Dank einem grosszügigen Design hat man sehr viel Platz im Kofferraum. Die markante Front des Hyundai macht ihn einzigartig und unverkennbar. Der neue Santafi hat die Front-Scheinwerfer im gleichen Design wie die Heckscheinwerfer. Durch die aktive Aerodynamik an der Front kann er den Kraftstoffverbrauch verbessern. Das perfekte Familienauto von Hyundai gibt es in zwei Antriebsarten. Der Plug-in Hybrid mit 253 PS und der Voll-Hybrid mit 215 PS. Für genauere Details dürft ihr gerne das Beratungsspräch abmachen bei mir. Der Hyundai Santafi hat ganz viele Stahlfächer. Hier oben, hier unten und hier hinten. Wir haben hier das Dual Wireless Charging. Das bedeutet, wir können zwei Handys laden. Wir haben hier die ganze Klimasteuerung. Sitzheizung, Lenkradheizung, Sitzbelüftung und übrigens, wir haben auch Sitzheizung hinten. Der neue Hyundai Santafi hat diverse Assistenzsysteme. Sogar die Totwinkelkamera. Der Rückspiegel ist neu auch digitalisiert. Und auch das kann man machen. Und übrigens, das Hyundai H tocht überall wieder auf. Das grosse Highlight vom neuen Hyundai Santafi ist, dass es ihnen alles 5, 6 und 7 Plätze gibt. Somit genau für dieses Abenteuer gemacht. Wir haben hier die Kühlbox. Aber keine Angst, die in den hintersten Reihen sind nicht verloren. Wir haben sogar eine Steuerung für die Klimaanlage oder ein USB-C. und sogar die Kühlbox können wir einstecken. Und wenn wir die zweite Sitzreihe auch noch runterladen, haben wir perfekt Platz, um etwas zu transportieren oder sogar darin zu schlafen. Für mehr Infos sind wir bei der Stirli. Gerne für euch hier. Gerne für euch. Gerne für euch. Geh. Ja. Hurl! Gerne für euch. Geh. Vielen Dank.